Die Salzburger ist gemeinsam mit ihrer Tochter der Salzburg Netz GmbH als Betreiber notwendiger Infrastruktur auf derartige Krisensituationen wie jetzt die Corona-Krise sehr gut vorbereitet. Alle Leitstellen des Unternehmens wurden auf einen Drei-Warten-Betrieb umgestellt und auch bei der Erzeugung von Energie ist alles im grünen Bereich und eines vorweg, gleich wird auch noch eine Hochzeit gefeiert. Bislang ist es so gewesen, dass wir in Kraftwerksgruppen aufgeteilt sind und die Gruppen bestehen aus mehreren Kraftwerken, wo eine gewisse Anzahl von Mannschaften diese Kraftwerke betreuen, Erwartungen durchführen und Arbeiten durchführen, die sie zumeist zu zweit oder zu dritt oder teilweise auch alleine durchführen. Seit der Ausrufung der Corona-Krise ist es bei uns so, dass die Arbeiten durchwegs nur noch alleine ausgeführt werden, auch die Leute, unsere Mitarbeiter eine Anlage dezidiert zugeteilt haben, das heißt, es ist nur mehr er an dieser Anlage und es wäre nur noch in großen Störungsfällen oder Schadensszenarien so, dass mehrere Leute an eine Anlage gehen. Beziehungsweise wenn eine Revision stattfindet, wie jetzt gerade im Bischofshofen beim Kraftwerk, hier wird das Laufrad montiert. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen weiter durchführen, um den sicheren Betrieb der Anlagen weiter aufrecht zu erhalten. In Bischofshofen ist es so, dass dort ja die große Revision an der Turbine 2 derzeit noch läuft. Gestern hat gerade stattgefunden die Verheiratung des Laufrades mit der Maschine, also mit der Welle, der Wiedereinbau des Laufrades und dort ist es so, dass natürlich die Mannschaften des technischen Services sehr eng miteinander in Arbeit stehen, aber da werden sämtliche Sicherheitsvorkehrungen so weit getroffen, dass dieser Sicherheitsabstand eingehalten wird, wenn sie enger beieinander arbeiten, dass Schutzmasken getragen werden und die Hygienemaßnahmen wenn wir Hände waschen und diese Dinge natürlich forciert durchgeführt werden. Kommen wir jetzt zum angesprochenen Einheben des Laufrades in Bischofshofen und hier gibt es auch gleich mal ein paar grundsätzliche Daten dazu. Das Laufrad hat einen Durchmesser von 3,6 Meter und ein Gewicht von circa 12,5 Tonnen. Seit 25 Jahren war es vor der Revision im Einsatz und genauso lange soll es jetzt auch wieder ohne Probleme laufen. Abstand halten und gesund bleiben, das ist auch das Motto hier in Pongau. Wir haben jetzt eine Revision gehabt, die hat im Oktober begonnen und heute ist der Tag eigentlich, wo wir das Laufrad wieder mit dem Generator kuppeln, die sogenannte Hochzeit, würde man ja sagen. Das ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Hochzeit ist ganz was Besonderes, das hat man nicht alle Tag und da ist auch für uns immer wieder eine spannende Sache, wenn man nachher die Teile wieder miteinander verbindet und vor allem dann, wenn dann alles fertig zusammengebaut ist und diese Anlage dann wieder zum Leben erweckt. Nachdem wieder alles fertig ist, wird die Anlage dem Lastverteiler übergeben, das Herzstück der Salzburger G. 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 Untertitelung des ZDF, 2020